Servus, grüßt euch bei CampingTV. Heute geht es einmal um das Thema richtig abstützen. Warum komme ich auf das Thema? Ihr wisst, ich lese viel in Facebook mit und man schaut auch so auf den Campingplatz einmal, was die anderen so tun. Ja, und da habe ich schon oft gelesen, ihr seht das, Akkuschrauber, jetzt habe ich da schon oft gelesen, was brauche ich da für einen Akkuschrauber, dass ich meinen Wohnwagen abstützen kann? Da denke ich mir alle, ja irgendeinen halt, weil ist ja scheißegal, den, den ich halt daheim auch benutze für die Wendt und was weiß ich alles, der tut es doch schon lange, haue ich meinen Adapter hinein und drehe die Stützen runter. Ja, dann kommen die Argumente, der muss, ich weiß nicht wie viele Tausend Newton haben, damit der den Wohnwagen hemmen kann. Da denke ich mir, ja habt ihr einen Vogel, man hebt doch den Wohnwagen nicht mit den Stützen. Man nimmt das einfach her, damit halt die Stützen schnell runtergehen und ich stehe ihn halt immer auf irgendeinen Drehmoment ein, das was halt bei meinem Akkuschrauber passt. Dann drehe ich es runter, bis er rattert und dann passt das. Weil nach ein, zwei Tagen musst du sowieso mit der normalen Kurbel oder was einmal ein bisschen nachdrehen, weil er steht ja auf Gummireifen mit Luft und wenn du da drin gehst, federt das immer ein bisschen. Ja und dann werden natürlich die Stützen irgendwann einmal irgendwo ein bisschen locker, meiner drei ist ein bisschen nachher nach ein paar Tagen und dann steht der wieder fest. Aber das Entscheidende ist halt, es sind Stützen und keine Heber. Und ich habe das am Campingplatz auch schon gesehen. Ganz eine blöde Situation, da kommt einer, richtet seinen Wohnwagen her und dann seht, der haut seinen Schrauber da hinten rein und dann quält der das Ding und dann seht schon, wie sich der Wohnwagen hebt. Am Löberndatzt aufspringen und sagen, mo, was tust denn du da? Aber, ja, du weißt ja nicht, wie der reagiert. Also ich möchte jetzt auch nicht, wenn ich gerade ankomme und dann quackt mir irgendeine Hände an, dass ich irgendwas falsch mache. Das kommt wahrscheinlich nicht so gut an. Wenn es das Gespräch her gibt, dann kommen die Leute schon darauf hinweisen, dass das eine ganz blöde Sache ist, weil das einfach nicht dafür gemacht ist. Ich habe ein Video gemacht, wie man einen Wohnwagen ausrichtet. Man fährt mit dem Radl auf einen Keil, bis er in der Waage steht und dann richtet man ihn vorne und hinten aus und dann stützt ihn runter und fertig. Am besten, ich zeige euch jetzt einmal unter dem Wohnwagen, wie der Rahmen aufgebaut ist. Dann versteht man vielleicht auch leichter, warum man den nicht in den Tee heben soll. Also, gehen wir einmal nach unten. So, jetzt sind wir einmal unter dem Wohnwagen. Und da seht ihr da vorne die Achse und einen Rahmen. Und jetzt fahren wir einmal einen Rahmen entlang. Und dann seht ihr, wie der sich immer weiter verjüngt. Das da ist die Stütze. Und wenn man da seht, ist die Stütze an der Bodenplatte befestigt. Und das Gegenlager ist auch bloß ein dünnes Flacheisen, wo sich auch gegen die Bodenplatte stützt. Also, das ist schon der Rahmen, der wo gewinkelt ist. Aber das ist halt natürlich ein ganz dünnes Teil. Also, das hält jetzt nicht besonders viel aus. Auch die Bodenplatte, die muss man sagen, das ist ja kein Massivteil. Das sind zweimal 0,5 cm oder so. Und in der Mitte ist ein Styropor und ein bisschen ein Lattenzeug. Also, wenn man da volle Kanone, die Stützen in T-Draht, dann kann sich jetzt, glaube ich, jeder vorstellen, dass das einfach nicht fürs Heben gemacht ist, sondern einfach nur fürs Stützen. Das heißt ja auch Stützen. Gut, jetzt habt ihr das gesehen, wie das unten ausschaut. Und ich glaube, das ist normal an jedem Glas auch, dass die ganze Konstruktion einfach nicht so gebaut ist, dass man an die Ecken das Gefährt hebt. Das führt dazu, dass die Spannung von da ins Dach geht und quasi von vorn und hinten drückt. Und irgendwann wird er halt, weil da ist er ja zusammen gemacht, dann wird er halt irgendwann einmal umdicht werden. Oder er fängt zum Knarzen noch. Oder man macht sich die Stützen einfach bloß kaputt. Das ist noch das geringste Übel. Ja, das war eigentlich schon das, was ich mit dem Video mitteilen wollte. Macht es den Fehler nicht. Auch wenn manche sagen, ah, das mache ich schon 30 Jahre. Verlasst euch nicht drauf, weil es ist auch ein Wohnwagen, der am Ende kaputt ist. Und das zahlt euch der, was schon 30 Jahre so macht, nicht. Das kann schon sein, dass das einmal früher mit ganz alten Wohnwagen gegangen ist. Das weiß ich nicht. Die Neuen sind auf alle Fälle auf das nicht ausgelegt. Steht auch im Benutzerhandbuch auch so drin. Und dann sollte man das vielleicht auch befolgen. Ich hoffe, dass jetzt den ein oder anderen Neukamper oder vielleicht ein Altcamper, wie man weiß ja nicht, helfen können. Bis zum nächsten Mal. Servus. DER 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 GLEs